Ja, ich habe auch schon gemerkt, ein paar Sachen habe ich mich schon echt durchgeglitscht. Aber das war bei Trine bei mir immer schon so, also das habe ich schon oft so gemacht. Oh, ein Zettel. Habt ihr unsere Katze Schnurri gesehen? Sie ist vor dem Feuer geflohen. Wenn ihr sie findet, kümmert euch bitte gut um sie. Solltet ihr unseren pyromanischen Sohn finden, schickt ihn bitte zur Astralakademie. So. Das Gemälde, das ist ja Seljus als Kind. Das hier war sein Zuhause. Irgendjemand hatte etwas gegen seine Geschwister. Da ist der Zauber, der ist der nutzendste Charakter in dem ganzen Game. Zumindest für Fights. Zeit zum Sterbenspaß. Gönn. Seltsame Kristallwand. Sehr kurios. Sicher kein Zufall, dass sie dieselbe Farbe wie seine Albträume hat. Boah, jetzt ist er voll der Ninja, ey. Rüh. Rüh. Sehr geil. Die Wasserrohre sehen ziemlich kaputt aus. Das macht uns die Erkundung der Burg nicht leichter. Dann werden wir halt ab und zu ein bisschen nass. Na und? Ah, hat durchgeglitscht. Nein. Drei. Did I? Ah Sig. Hier. Das war's. Oh Boing, boing. Oh, jetzt kommen wir das schöne Wasser rumgefliesten hier. Bring das Rad zum Laufen. Bleib halt jetzt da drauf stehen. Ist das hier? Okay. Okay. Oh, shit. Da ist die Katze. Schön. Die Burg hat sicher schon bessere Tage gesehen. Wohl wahr. Wirkt alles ziemlich verlassen. Was will der Prinz also hier? Stimmt voll, es geht Chile jetzt. Ach ne, es geht gar nicht. Aha. Dacht schon. Wohl. Zö姐. Alter, Junge. So, die alles, alle Heilmittel einfach einfrieren. Geht in, Maa. Ja, wei. Das war's für heute. So, taugt es. Ja, ja, schau. Ich sehe es jetzt, Fabi. Oh, scheiß. Kann es immer alles einfrieren. Hier ist wahrscheinlich mal Flame angebracht. Jawohl. Schön. Sehr schön. Okay. Okay. Das ist jetzt kein Problem. Oh. 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 So, das ist erstmal hier und dann einfrieren und jetzt BAM, Junge! Ach, scheiße, jetzt will ich da runterkupfen, so ein Blädel. Hallo, kommen wir gleich mal hoch. Ich will die Katze hier irgendwo gehört. Alter, Junge, was ist denn? So. Selbst als Ruine stinkt die Burg noch nach Reichtum. Zu schade, dass sie schon geplündert wurde. Okay. Sie muss damals ein prächtiger kleiner Palast gewesen sein. Irgendwie finden wir immer nur Burgen, die in Trümmern liegen. Ja, beim nächsten Abenteuer sollten wir eine vollmöblierte Burg ausräumen. Äh, erkunden. Schön. Sehr schön. Katze! Katze! Sorry, das check ich nicht. Ey, das ist nicht euer Ernst. Ah, Leute, ihr habt ja einen Knall. Äh, es... Du musst das Wasser so leicht, dann ist... Das ist physikalisch voll der Schwachsinn, deswegen macht das kein Mensch. So ein Scheiß. Äh, so ein Käse, Alter. Als sowas habe ich auch noch nichts für ein Schrott, Alter. Das kriegst du jetzt richtig aufs Maul. Oh, Scheiß. Spaß, die ist schon wieder drauf. Gange. Keep going. Zeit verschwendet hier gerade. Und dann sind wir gut. Einen... Das ist sehr gut. Das hat uns... Aus... Scheiße, man. Alter, gehen wir halt auf den Sack. Bleib jetzt mal drauf liegen, bitte, um Gottes Willen. Ja. Was für ein fantastisches Buch, das habe ich zu Schulzeiten geliebt. Alter, was für ein Mindfuck. Ja. So. 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 Das ist immer bei der Allergie, oder? Naja, so geht's nicht. Ja, das stimmt allerdings, ey. Das ist echt tatsächlich ein bissl mindfucking, sag ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. G Shit Okay. Alter, verpiss dich jetzt mit der scheiß Kiste, Mann. Das Eis geht immer. Okay, da geht es weiter. Oh, Mann. Super, Noma. Oh. 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 Pontius. Wir konnten euch gar nicht für euren Sieg über den verfluchten Ritter danken, der unser Dorf heimgesucht hatte. Bitte kehrt eines Tages zu uns zurück, damit wir uns erkenntlich zeigen können. Unsere Bäckerei möchte euch die neuesten Kuchen vorstellen. Das ist unglaublich. So, weiter gehts. Kann man mal machen. Hahaha, scheiße. Ja, Jungs, aber das ist dann schon ein bisschen wenig Schwung, ne? Ja, wie schnell das aufhört zu schwingen, das Rad. Egal. Schrott. Das ist von der Steuerung echt ein Mist. Muss man wirklich sagen. Kommt da noch was? Nö. Ach, endlich. Es muss hart sein zu sehen, was hier in eurer Abwesenheit geschehen ist. Wieso in meiner Abwesenheit? Meine Albträume zerstörten die Burg. Daher wurde ich weggeschickt und ins Verlies der Astral Academy gesperrt. Wusstet ihr das nicht? Nein. Oh, lasst mich lieber gehen. Wir lassen keinen Prinzen zurück. Versteht doch, es gibt keinen Ausweg. Also kommt einfach friedlich mit zur Akademie zurück. Falsch. Es gibt einen Ausweg. Wolle Morg, was geht eigentlich ab? Bis jetzt. Bis jetzt. B Shoulders. B Swags. B Shoulders. B Shoulders.